Auf den Straßen von Hongkong tobt ein Krieg. Zwischen Verbrechern, die die Stadt beherrschen, und Terroristen, die die Welt bedrohen. Ein Mann gerät zwischen die Fronten. Und er braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Sie ist ein Bulle? Du hast mir nicht gesagt, dass sie ein Bulle ist. Und los! Du bist also ein Spion, ja? Wir arbeiten für den Stab, wir sind vom 411! Das ist keine Knopfzelle, sondern eine der modernsten Minibomben. Sie werden diese Minibomben in Radiowecker-Stereoanlagen sogar in Kinderspielzeug einbauen. Und wenn diese Dinger verbreitet sind, dann sind sehr viele Menschenleben in Gefahr. Jean-Claude Van Damme in seiner gefährlichsten Rolle. Knock-off, der entscheidende Schlag.